Der ist von meiner Tante Martha. Liebe Fiona, Hilfe! Seit 48 Jahren lebe ich nun schon in Paris. Und jetzt soll ich in ein Altersheim. So ein Quatsch. Ich bin doch erst 88. Ich suche meine Tante Martha. Ein Foto? Okay. Hey, das ist meine Wohnung. Bonsoir. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich liebe Sie. Martha! Haben Sie zufällig Martha gesehen? Aber ja. Vor 27 Jahren. Da haben wir uns in einem Boot geliebt. Martha! Oh, mein Gott. Huh? ARD Text im Auftrag von Funk